Ja, schönen guten Tag! Mein Name ist Thomas Herrmeier. Ich melde mich heute wieder mit dem Thema Expertenforum Mittelstand 4.0 bei Ihnen. Wir treffen uns ja regelmäßig im Haus der Bayerischen Wirtschaft in der Max-Josef-Straße in München. Und heute möchte ich Ihnen unser neues Top-Thema vorab ankündigen. Das Thema Preiskampf oder das Thema Preisvergleiche haben wir einfach einmal angepackt. Wir haben die besten Handwerker, die besten Dienstleister und Finanzdienstleister für den Mittelstand an einen Tisch gebracht und dabei eine Lösung entwickelt. Das Problem ist, der Mittelstand wird von der Industrie immer mehr unter Druck gesetzt. Die Möbelbranche, die Möbelindustrie, allem voran, da weiß man heute nicht mehr als Außenstehender, wenn man hinschaut, verdient man oder verdient diese Branche das Geld. Mit dem Produkt oder verdient sie das Geld schon nicht mehr über das Produkt alleine, sondern vielmehr über Finanzierungen. Und weil uns das ein Anliegen ist, dass der Mittelstand gestärkt durch die Digitalisierung hervorgeht, haben wir einfach dort die richtigen Experten und die richtigen Betriebe als Pioniere einfach einmal zusammengesetzt. Und wir haben da eine Lösung entwickelt, dass künftig auf der Mittelstand spielerisch auf Knopfdruck Finanzdienstleistungen mit anbieten kann. Dieses und vieles mehr erfahren Sie im Expertenforum. Infos und Anmeldungen unter www.lotse-21.com Bis bald, Ihr Thomas Emeyer